Hi, ich bin der Schweppi und der Erfinder von 4Streets und ich bin mega happy, dass du da bist. Herzlich willkommen und ja, ich lade dich einfach ein. Bleib kurz, ich habe hoffentlich viele Antworten auf deine Fragen zu 4Streets und zu dem Bereich Tanz Fitness. Ich erzähle dir also was über das Konzept, über die Vorteile meines Konzepts für dich und ich fange mal an bei mir, dass du einfach so ein bisschen eine Ahnung hast, mit wem du es zu tun hast. Ich bin der Markus Schweppe, kurz Schweppi, 45 Jahre alt und habe meine ganze Sportlerlaufbahn im Turnverein begonnen mit 5, habe dann viele Sportarten ausprobieren dürfen, bin mit 14 in der Tanzschule gelandet und so auf Höhe Turniertanz habe ich dann entschieden, ich werde Sportlehrer. Ich mache das alles zum Beruf und das war die Tür und das Tor in die Fitness- und Aerobikwelt. Seit 20 Jahren habe ich jetzt so viele Menschen ausbilden und unterrichten dürfen. Ich habe so viele Kurse kennengelernt, aber das Wertvollste war das Feedback. Und meine Erfahrungen gepaart mit den wertvollen Feedbacks meiner Teilnehmer habe ich zusammengepackt in 4Streets und habe für dich fünf Vorteile. Erstens 100% Abwechslung. Wir haben verschiedene Musik und verschiedene Tanzstile, was auf jeden Fall garantiert, dass jeder musikalisch während der Stunde auf seine Kosten kommt. Jetzt haben wir schon davon gehabt, dass Menschen ja unterschiedlich ticken, nicht nur vom Geschmack, aber auch vom Level. Also zweiter Vorteil mit 4Streets holst du jedes Level ab. Weil mir war ganz wichtig, wenn ich den Spaß in den Vordergrund stelle, dann darf keiner mehr Angst haben, sich fehl am Platz zu fühlen oder überfordert zu sein oder sich gar nicht erst in den Raum zu trauen. Wir haben ein Ich-Packe-Mein-Koffersystem genutzt. Das heißt, wir haben Schrittfolgen, Moves, die wir ganz logisch erarbeiten und dann unter vielen Wiederholungen in den Koffer packen, sodass jeder am Schluss seinen eigenen Koffer packt und seine eigene Version der Choreografie tanzen darf und feiern darf. Vorteil Nummer 3 geht jetzt schon in die Richtung Ausbildung. Wir haben zwei Tage Ausbildung, zertifiziert mit einer Prüfung am Ende. Und wichtig für mich ist, bei allem Spaß und bei aller Philosophie, die wir haben, stehen gleichbedeutend faire Preise, aber maximale Qualität. Und die gewährleiste ich durch meine Expertise. Das heißt, die Ausbildungen bei 4Streets gibt es exklusiv ausschließlich von mir als Chef selbst. Dann haben wir ein nachhaltiges und richtig cooles Betreuungs- und Lizenzpaket. Das heißt, der Trainer nach Abschluss der Ausbildung bekommt sein Zertifikat, entscheidet sich schon im Vorfeld für sein Wunschbetreuungspaket und bekommt dann nachhaltig immer wieder neue Schritte. Das heißt, 4Streets ist ein nach oben offenes Baukastensystem. Die Choreografien werden immer wieder erweitert mit möglichen neuen Bausteinen und der Trainer bleibt quasi komplett in diesem ganzen 4Streets-Thema und im Netzwerk. Und der letzte richtig coole Vorteil, ich rede aus eigener Erfahrung, kurze Vorbereitungszeit. Wir haben privat beruflich so viel Stress an der Backe, da kann ich aus Erfahrung sprechen. Ich habe doch keine Lust, mich vor einer Stunde wie früher länger vorzubereiten, wie die Stunde am Schluss dauert. Also durch dieses Baukastensystem lernen die Trainer rein von der Intuition her, logisch nach unserer Vorgabe, so wie HelloFresh, einfach diesen Schritt zu erarbeiten und dann überlegt sich der Trainer einfach nur, welche Bausteine nehme ich heute flexibel in die Choreografie und braucht zunehmend kürzere Vorbereitungszeit für ein maximal tolles Tanz-Fitness-Erlebnis. Viele Infos, ich hoffe, ich habe dir eine Antwort geboten, die jetzt sagt, den Kerl muss ich kontaktieren oder wann ist die nächste Ausbildung, egal welche Fragen noch offen sind, kontaktiere mich, ich bin für dich da. Dein Schweppi